Moin Moin, Miro hier und willkommen beim vierten Teil meiner Schwedenreise. Ich hatte versprochen, dass ich auch einmal mein Auto zeige. Hier ist es von außen, ein Ford Transit Connect ist das, also ein kleiner Kastenwagen. Und ich habe ihn mit einem einfachen, zweckmäßigen Ausbau ausgestattet. All das habe ich zum ersten Mal gemacht, aber ich bin von einigen Schönheitsfehlern abgesehen, mit dem Endresultat eigentlich ganz zufrieden. Die Sitzbank links ist gleichzeitig auch Bett und rechts ist der Küchen- und Aufbewahrungsschrank. Unter dem Bett ist jede Menge Stauraum, an denen man recht leicht rankommt. Und ja, in der Schublade findet jede Menge Technik Platz. Und im Schrank an sich ist auch genug Platz für Töpfe und Co. Eine Besonderheit meines Ausbaus ist das zweite Bett, das man über den Beifahrersitz klappen kann. Davon kann man hier im Video die eine Hälfte sehen und aufgebaut sieht das Ganze dann so aus. In diesem Video soll es aber vor allem auch um die Ausrüstung gehen, die während unseres Urlaubs wirklich unverzichtbar war. Und abgesehen von offensichtlichen Sachen wie dem Kocher, Kochutensilien und einem Windschutz, gab es da auch noch ein paar Gegenstände, von denen ich denke, dass sie eine Erwähnung durchaus wert sind. Da wäre zum einen der Eimer, der eigentlich eine Camping-Toilette ist. Haben wir allerdings nie so verwendet, sondern er war wirklich super, super nützlich, um Wasser zu holen und konnte dann zum Abwaschen und Waschen verwendet werden. Sehr unterschätzt ist mit Sicherheit auch die Wäscheleine. Wir haben hier so eine ganz kompakte Reisewäscheleine. Die lässt sich sehr kompakt in diesen kleinen Täschchen hier verstauen und ist ausreichend lang, um einige Wäschestücke aufzuhängen. Praktisch sind auch diese kleinen Beats, die man als Abstandshalter verwenden kann. Ja und man sieht schon, wir trocknen hier ein Mikrofaser-Handtuch. Die sind wirklich super praktisch, denn die sind sehr schön klein und kompakt, aber trotzdem groß genug und saugen Feuchtigkeit ebenso schnell auf, wie sie sie wieder abgeben, trocknen also sehr schnell. Ja, aber wirklich unverzichtbar, das war für uns das Mückennetz. Dieses hier haben wir mit Magneten behelfsmäßig am Fahrzeug befestigt. Es funktionierte aber ganz gut. Also die kleinen Neodym-Magneten kann ich eigentlich auch mit auf die Liste aufnehmen. Tolle Möglichkeit, viel Frischluft ins Auto zu bekommen und ja, so waren die Nächte dann doch erträglich. Auf gar keinen Fall fehlen darf aber die Schaufel, die, nun ja, zum Graben von Löchern verwendet wird. Diese hier ist ein besonders kompaktes Modell mit mehreren Funktionen, aber wir haben sie eben nur als Schaufel benutzt. Der moderne Reisende möchte unterwegs auch auf Strom nicht verzichten und deshalb hatten wir noch so ein Solarpanel dabei, mit dem man USB-Geräte aufladen kann und dank der Powerbank war das dann auch überhaupt kein Problem und wir hatten immer genug Strom. Das waren sie auch schon, die wirklich wichtigsten Gegenstände, die sich während der Reise wirklich bezahlt gemacht haben und ich hoffe, vielleicht kann dir dieses Video eine kleine Anregung für deine eigene nächste Tour geben. Das war's von mir. Grüße aus dem Norden. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.